Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Hallo! Geht's euch gut? Uns geht's auch gut. Hey, habt ihr das gesehen? Sensei spielte gerade komplett freihändig. Der erste Bassist, der freihändig heute Abend am Bass spielt. Sensei Pleasure! Guten Abend, schönen Abend. Ich hätte gerne mal ein bisschen Gaffer, wenn ich darf. Gaffer? Kommt ein Gaffer. Wollen wir das zunächst reparieren? Nein. Nein. Okay, alles klar. Spielen weiter. Ja, auch den Spielen. Was reparieren? Mit allen Equipment kann jeder spielen. Blau. Blau. Voll auch nicht. Blau? Ja, das ist nicht gut. Alright, ladies and gentlemen. Seid ihr bereit für eine kleine Zeitreise? Ja! Dann nehmen wir, ich wie May, euch mit in das Jahr 2006. und sechs. Und dort gab es einen Song, den wir damals schon mal hier gespielt. Den haben wir für euch ausgepackt. Hier kommt Lollipop! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020